Hi, wer kennt das nicht? Das Werkzeug in der einen Hand, das Ersatzteil in der anderen Hand, die Handlampe an der falschen Stelle und somit nicht das passende Licht. Das klärt jetzt unsere Kopf- bzw. Nackenlampe. Zwei separat schaltbare Lampen mit jeweils 150 Lumen, also 300 Lumen insgesamt. Entweder auf dem Kopf, das Licht ist immer in der entsprechenden Blickrichtung und ich habe genau im Arbeitsbereich meinen Lichtkegel. Ich kann das aber auch, wenn das nicht passt, etwas auf dem Kopf zu haben, kann ich das auch um den Nacken legen. Das ist für den einen oder anderen angenehmer und kann dann mein Licht genauso wieder einstellen. Des Weiteren kann ich die Lampen lösen und habe zwei Mini-Lampen, die auch noch magnetisch sind und kann die an den entsprechenden Positionen über dieses Kugelgelenk genau positionieren. Also eine perfekte Universallampe für die verschiedensten Lichtprobleme. Fragt euren Franchise-Partner.